Jetzt stellt sich mir nur die Frage, wird das Konzept noch effizienter mit elektrifizierter Achse im Trailer? Natürlich ist das effizienter. Der elektrifizierte Trailer erfüllt zwei wesentliche Attribute. Einmal die Effizienzsteigerung und zum anderen die Dekarbonisierung der Logistik. Wir bei Trailer Dynamics bauen eine elektrische Achse im Trailer mit starken E-Motoren, die ihre Energie aus einer sogenannten Traktionsbatterie beziehen, die wir dort angesiedelt haben, wo sich bisher der Palettenkasten befand. Und das Ganze wird funktional sicher gesteuert durch eine sensorische Antriebsstrangsteuerung, die unabhängig von der Zugmaschine mit jeder Art von Zugmaschine kombiniert werden kann. Zur funktionalen Sicherheit gehören natürlich jede Menge Tests. Einer dieser großen Tests, die wir gerade im Moment durchgeführt haben, ist der sogenannte Wintertest, den wir in Schweden vollzogen haben. Mit drei unserer Fahrzeuge waren wir dort. Wir haben sogar bis zum Polarkreis die Fahrzeuge befördert. Tiefste Temperaturen, Schnee, Eis, Traktion, widrige Straßenverhältnisse werden dort intensiv getestet. Das Fahrzeug hat hervorragend funktioniert. Die Batterie hat ihre Leistung erbracht. Wir waren sehr, sehr zufrieden mit diesen Tests. Wir haben ein eigenes Performance-Tool, ein digitales Tool, mit dem wir die Realität abbilden können und die Strecken gemeinsam mit unserem Kunden analysieren. Wir sprechen über Charging, über Laden der Batterie, wir sprechen über Regulatorik, wir sprechen über Flottenmanagement. Natürlich ist die E-Trailer-Technologie problemlos integrierbar in bestehende Flotten. Durch unsere Plug-In-Technologie können wir unseren E-Trailer an jede Art von Sattelzugmaschine, unabhängig vom Antrieb, unabhängig von der Marke, andocken und losfahren. Der E-Trailer liefert eine Menge von Daten. Von Energieverbrauch bis hin zur Rekuperation. Und diese und noch viele weitere Trailer-Daten benötigen nur ein digitales Ökosystem. Untertitelung Vielen Dank.